Mein Name ist Prof. Dr. Sonja Gensler. Ich arbeite am Institut für wertbasiertes Marketing am Marketingcenter Münster. Was nehmen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem Modul mit? Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kennen das Konzept der marktorientierten Unternehmensführung, können das Anwenden auf ihr eigenes Unternehmen, aber auch auf andere Unternehmen und kennen die Herausforderungen für eine marktorientierte Führung und auch welche Herausforderungen an Sie als Mitarbeiter gestellt werden. Erfahrene Marketingmanager haben im Rahmen des Moduls die Möglichkeit, einen Perspektivwechsel vorzunehmen und ihr eigenes Handeln kritisch zu hinterfragen. Gutes Marketing ist aufgrund des Wettbewerbsdrucks, des technologischen und gesellschaftlichen Wandels essentiell für den Erfolg jedes Unternehmens. Weiter mit Wissen.